iPhone Wie du mich hassen musst Okay iPhone iPhone ist von Apple Es ist ein In sich Geschlossenes Gerät Was man schwer reparieren kann Arbeitskollegen von mir können das reparieren Ich habe mir das mal angeguckt Ich weiß auch ungefähr, wie das funktioniert Den Akku kann man davon nicht austauschen Das Betriebssystem ist iOS Aktuell in der Version 7.0.2 Ja, ich weiß es trotzdem Weil ich muss trotzdem diese Dinger betreuen Auch wenn ich iPhone nicht mag Genauso wie Apple Aber was soll's Ich muss ja jetzt darüber sprechen Das iPhone 5S ist das aktuelle Neben dem 5C Das 5C gibt es in fünf verschiedenen Farben Das iPhone 5S Gibt es in drei verschiedenen Farben In weiß, schwarz und gold Gold finde ich ein bisschen komisch Aber was soll's Kann ja nur von Apple kommen Naja Was gibt es noch dazu zu sagen Ich habe nur Probleme mit diesem Produkt Weil irgendwie funktioniert das dann doch nie so Wie die sich das glaube ich immer vorgestellt haben Ich wollte jetzt vor kurzem ein Video Über Natürlich nur über iTunes draufziehen Und ich habe es nicht hinbekommen Weil das Video nicht erkannt wurde Sehr eigenartig Aber das ist nun mal ein iPhone Ja Ja Im iPhone kann man ganz viele Apps haben Das kann man natürlich auch mit Android Und ja Deswegen sind meine 60 Sekunden auch schon längst rum Und damit sage ich einfach nur Ich mag iPhone nicht Ja das Film ist halt ein Und da dachte ich Na ja da kann ich ein bisschen drüber reden Habe ich Ja Krass Äh warte mal Warte mal Warte mal Jetzt um 50 Ich bin jetzt auch gleich voll Ich habe hier noch so viel liegen Kacke Hier In der Zwede kann ich nur aufsammeln Hey Supi Ja mach ruhig So voll Gut Naja Das bissl hier Was soll's Sind das Fatou Habe ich die weggeschmissen Ups Ja hab ich weggeschmissen So Was 6 Hast du mich aufgesammelt Ich hab Ja ich hab jetzt den 64 als Deck Ach das ist ja gut Supi Sind ja nie verschwendet Wenn wir sie hier anhängen Nö Da finden wir es wenigstens gleich wieder Genau Da kann ich sie nämlich noch aufsammeln hier 35 Und das hier drüben auch 61 63 64 Nein Naja gut Das geht ja noch hier Ja Gut Dann versuchen wir jetzt mal irgendwie wieder heben zu kommen Ja So jetzt bist du ja noch mit dem Wort dran auf dem Rückweg Ja Kann ich anfangen Ich hab's schon Ach hast du schon Ja Ich hab schon ein Wort Ja ja Das ist mir die ganze Zeit schon rumgeschwört Es geht los Das Wort lautet Desoxyriblonukleinsäure Soviel zum Thema Ja Das kennst du Gibt's einen anderen Mitgriff noch dafür? DNA Oder DNS Kann ich DNA sagen oder muss ich das andere Wort sagen? Du musst es schon enspil mal gesagt haben Ich hab den doch Warte mal Desoxyriblonukleinsäure Was wäre das? Des Desoxyriblonukleinsäure Desoxyrib Reblo Destroin Desoxyriblonukleinsäure Desoxyriblonukleinsäure Nuklein Ich glaub so war's ja Desoxyriblonukleinsäure Ja Hast du's gefunden, ja? Nee Ich hab's mir bei Editor Draht aufgeschrieben Nee Jetzt ist einfach In Editor Jetzt ist dir auch schnell Bei Wikipedia angucken können Obwohl das wäre entschieden Okay Ja eben Jetzt hab ich mir das bloß noch getrennt Dass ich das ordentlich aussprechen kann Okay So Es geht los in Drei Zwei Eins Go Ja Die Desoxyriblonukleinsäure Ist auch kurz gesagt Die DNA Aber man kann sie natürlich auch Desoxyriblonukleinsäure Sagen Daraus besteht ein Seeler lebende Ordantismus Ich weiß noch nicht Ob auch irgendwie Ich glaub auch Einzeller Haben eine Ja die haben auch eine Desoxyriblonukleinsäure Alleen wenn ich das Wort jetzt tausendmal sage Ist ja die Zeit schon locker rum Ich hab mich grad auch noch verlofen Desoxyriblonukleinsäure Ist auf jeden Fall was ganz wichtiges Der Begriff ist auf jeden Fall sehr bekannt DNA sagen da eher weniger Leute dazu Ähm Ja Diese ganze DNA Zeug Ist ja Spiralförmig Ineinander Verworen Und so aufgebaut Und Ähm Ja Man kann natürlich auch Da Ein bisschen dran Rumbauen An der D D D Arzere Plunukleinsäure Ähm Das ganze gelingt meistens bloß noch nicht so ganz Ich sag bloß Thema Äh Klon Ich glaube Klon konnte man auch damit Ähm Bin mal Ja ich glaube Um wie Klon war damit Und Ach man hat schon viel probiert An der rumzuschrauben Ist halt bloß Game veränderter Mais Und so Da hat man auch an der Desoxy Replonuklein So rum Gebastelt Ähm Das ganze ist Ist vielleicht nicht so Das beste was man machen kann Aber ich muss sie Davor sie selber entscheiden Ähm Was Nicht Nicht erzähl du weiter Dein Stoß Ja ich weiß es doch nicht Ja Äh Willst du eine Katze übrigens War bei mir die Zeit jetzt rum Ne Ja 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 Willst du eine Katze Wie alt ist sie Was ist sie schon kaputt Ich hab hier Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Ocelots Grad hier Ach ne Katze Ja Ich hab Kerze Verstanden Achso Ne Ne ich bin schon Dahe Ne Zehn 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 Neun Zehn Elf Ocelots Was wo kommen die denn her Ne ich bin ja Entschuldigung Ich hab mich doch verlofen Achso Naja Ich bin dahe Zwölf Ne ich brauch Keine Ich hab ja schon Zwei Katzen Irgendwo rumsitzen So Sand Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Die Monster aus Oh hier ist ein Baby Ocelot Oh süß Hast du es wieder umgebracht Ne Ich hab es leben lassen So Ich bin nicht so böse Eigentlich schon Nein Grau ist eigentlich ein Gemeiner Mörder 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 Am Mörder Ja ich modere Vor mich hin Das sowieso Ja Ich dachte das wär dein Geheimnis Aber wenn du mähnst Dann erzähl das halt rum Das ist rum Mörder Rum Mörder Deme ist das dns Und die dna Du hast dna Also ich hab dna Dessert Du hast jodessert Ja dna ist der englische Begriff Achso Ja ist ja dasselbe Mhm Bestimmt Tja Meine Damen und Herren Es ist Nacht Ich bin beim Beim Dins Ich bin beim Dingsi Schningsi Dingsi So dann nehmen wir mal das hier mit Ich bin beim GR GR steht für Graue Leider Oder was Oder aufhörer In Ort Ja Ja Kenn ich Kenn Hier sind überall Beleuchtungen Warte mal Ich suche gerade wo wir sind Chaka chaka Meister Papa Das DR war das in unserer Richtung ausgerichtet Ja ne Ja Ja Madame Oh Madame Müsste ich mal hören So Erstmal hier alles vermehren Denn es wird ja aktuell tierisch vernachlässigt Warum verläufe ich mich denn immer? Warum verläuft er sich? Der Blumentopf Oh ich seh den Blumentopf Ja das weiß ich doch nicht Ich seh den Blumentopf noch eher als den Stift Denke er hat ein Problem Und er findet es gar nicht so schön Gar nicht so schön Gar nicht so schön Gar nicht Ja gar nicht Ja gar nicht Ja gar nicht mal so schön So schön So schön Ja gar nicht mal so schön Gar nicht mal so schön Findet er das Wahnsinn, sag ich doch von vornherein, der Kaui ist ein dummes Pferd, la 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 la. Ach ja. Ein Schwein, ein Schwein, ein Schwein, ein Schwein, ein Schwein. Ja, der Kaui. Ja, der Kaui. Wir reden von Kaui, dem Schaf. Kaui, dem Schaf. Oh je. Naja. Ach, wir haben ja doch genügend Sand. Wir hätten doch gar nicht auf Sand tot leben müssen. Wieso? Hier ist doch fast die ganze Truhe vor dem Sand. Vielleicht habe ich die befüllt? Nein. Bin ich. Spinner, der Spinner, der Spinner, Kaui ist ein Spinner. Die aus dem Dschungel, die kam. Ja, die, 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 die Barbara, die ist jetzt kein Superstar. Die Barbara, die Barbara, die Barbara, die Barbara, die Barbara, die Barbara. Ins Knie. Ihi. Ah. So. So. Barbera. Barbera. Barbera, 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 Barbera. Rabarbera. Oh, da fällt mir gerade wieder ein schönes Lied ein, das habe ich in meiner Kindheit gelernt. Der Rabarberkuchen. Nein. Wer kennt denn das Lied Tomatensalat, hm? 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 Der Graui. Ah, ja, das, ja, ich, ja, ich weiß auch gar nicht mal wieder schön. Das Lied geht einfach, also der Songtext ist ganz easy, man sagt die ganze Zeit nur Tomatensalat. Tomatensalat, Tomatensalat, Tomaten. Ja, theoretisch schon. Ja, aber. Man muss es ein bisschen anders betonen. Ja, ja. Wie war denn das? Renu. Hababa. 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 Tomaten, Salat, Tomaten, Salat, Tomaten, Salat, Tomaten, Salat. Mit Rhabarber. Mit Rhabarber. Nur heute, frisch von uns. Äh, nee, das kann ich nicht. Hätten wir mal kurz das gesungen. Du hattest noch so ein anderes Lied. Ich hatte noch so ein anderes? Ja, ich weiß noch nicht, wie das gemacht wird. Ob das auch per Kanon war? Das war aber auch so ein Kanon. Ein Kanon? Ja, ein Kanon. Ach, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh. Preußen? Nee, Gloria? Nee, nee. Ah. Ich komme gerade nicht drauf, das kriege ich hin. Ja. Na, na, na. Euphoria, ne? Ach so, scheiße. Natürlich. Ah, ich weiß, was du meinst. Das muss doch machbar sein, oder? Im letzten Moment abspringen und hier drauf?